Wir spielen heute mit dem besten Team in der Meisterliga. Ehemals bestem, mit welchem ich viermal Legende erreicht habe. Und ich habe nun endlich wegen Pokémon God Tour Yoto genügend XL Bonbons, um ein Torgekiss auf Level 50 zu bringen. Habe nun sehr lange überlegt, welches ich nehme. Das hat schon so viele Kämpfe auch auf dem Buckel. Wäre eine schöne Erinnerung, das auf Level 40 zu belassen, aber ich glaube, ich werde dieses hier pushen und sollte ich die Classic ohne XL mal wieder spielen, dann brauche ich mir hier einfach ein zweites. Mit dem kämpfe ich auch manchmal in der Arena, wenn ein, keine Ahnung, Dragoran oder so am Start ist. Das ist teuer, aber das machen wir. Einmal gepusht geht es natürlich nicht mehr zurück. Wir tun es. Genau, in der Vorsaison habe ich auch mit Torgekiss Legende erreicht. Also da hieß es noch nicht Legende, sondern Rang 10. Und zwar Torgekiss Relaxo Giratina war das, glaube ich. Da war noch niemand auf Relaxo und so vorbereitet. Seht euch diesen Sternenstopp an. Ich bin gerade bei dem 10 zu 0. Das ist mal ein Sternenstopp, der sich lohnt. Dreifach in dieser Woche. Also spielt PvP. Da müsste gleich irgendwas aufploppen. In Summe 7000. Komm, wo bist du? Es will nicht. 7830 und ein Cognodon ist ja auch noch am Start. Ne, genau. 10er Serie. Mal schauen, ob wir die erhöhen können. Nein, ist völlig egal. Das Team ist. Das war nur in der Vorsaison, was ich vorhin gerade gesagt habe. Und danach habe ich es ein bisschen abgewandelt. Torgekiss, Dialga, Giratina. Ne, und ich glaube vier Seasons lang habe ich da mit Legende erreicht. Und wir haben gemeinsam daran getüftelt, die Matchups in den Kommentaren immer. Hey, nein, bei gegen Mewtwo. Der musste sowieso nicht schilden. Auch wenn es Spukball ist. Mewtwo braucht sowieso zwei Attacken und so weiter und so fort. Genau, da haben wir uns ein bisschen herangetastet. Na und dann, das Team haben wirklich, ich glaube die deutschsprachigen Leute. Und was ich richtig genial finde. Neue Logos. Auch für den Jungle Cup wurde eines im Code gefunden. Niantic, ich bin begeistert. Okay. So, ich habe vorhin am Handy gespielt. Und zwar will ich das Team nur vom 10 zu 0 kurz zeigen. Also ich werde damit nicht spielen. Aber das war es. Mewtwo Doppelstahl. Ja, war vermutlich nur eine glückliche Serie. Jedoch. Torgekiss, Dialga, Giratina. Da kommen wieder Feelings auf. Oh nö, Moment mal. Ich habe ja Giratina nicht auf Level 50. Das ist mir jetzt aber völlig egal. Oder soll ich Mewtwo da reinpacken? Das würde auch gehen. Ich habe ja ganz vergessen. Ich habe ja Giratina nicht auf Level 50. Na gut, dann machen wir das so. Obwohl, wäre auch egal. Dann nehme ich es eben auf Level 40. Giratina war nämlich, glaube ich, noch nie so wirklich ein paar Wochen da. Seit es XL gibt immer nur kurz bei Pokémon Go irgendwo was war da. So, Dialga in Shiny. Heftig, deftik, saftig, schmaftig. Nein, nicht noch einen zweiten. Okay. Das ist ein schönes Teil. Aber jetzt habe ich ein bisschen Angst. Du baust genauer Fokustuss auf. Auf jeden Fall genau. Das war dann das Team. Und da haben wir als Community auch ordentlich was gerissen. Das war schon immer sehr genial. Und ab da aber dann kam Season 5, wo jeder Legende so bekommen hat. So wie die aktuelle Season. Na und danach. Lasst mich nicht lügen. Ich glaube in der Hyperliga. Da war es dann soweit. Und. Oh, das ist jetzt echt ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Wenn ich auf Null Schilde gehe. Komm, drück mir den Fokustuss rein. Nein, nochmal Psychostuss. Okay. Du wirst aber noch einen schaffen. Leider. Na gut. Dann lassen wir das. Von einem. Wow. Okay. Von einem normalen Mewtwo würde man das überleben. Aber da ist das Krypto anscheinend etwas besser. Es war mal ein langsamer Wechsel. Muss man so sagen. Einen Charme zu langsam gewechselt. Alles klar. Kennt ihr das? Wenn ihr einen Schild investiert für den Wechselvorteil. Und dann einfach wieder zurück wechselt. Wieso denn nicht? Ui. Mach nicht dieses Denial. Was ist denn mit dir los? Was ist denn mit dir los? Nur wenn du ein Shiny bist, glaubst du, du bist hier der King oder wie? Das wage ich zu bezweifeln. Aber hoffenbar bist du das doch. Gut. Genau. Hyperliga war es dann. Dann mit Grabit. Daran kann ich mich auch erinnern. Das war genial in der Superliga. Remix. War das nicht Remix? Dann noch zweimal Hyperliga und Meisterliga Primär Classic. Und solche Geschichten. Okay. Das wird jetzt ungemütlich. Denn... Uh. Nicht mal den Charme bekomme ich noch. Ja. Weil du mich vorhin verneint hast. Das ist jetzt bitter. Weil runterfarmen kann ich jetzt nicht. Ui. Aber ich muss sagen... Es ist ein Schild für den Wechsel geholt. Und dann aber nichts damit gemacht. Leider muss ich einsetzen. Und meine Energie ausgeben. Ein Charme wäre es noch gewesen. Der wäre wichtig gewesen. Ich glaube, ich kenne jetzt wenige Pokémon, gegen die ich hier noch gewinnen kann. Du wartest natürlich Wechseluhr, dass du mit Mewtwo abfangen kannst. Also, was warten wir denn da noch? Na, wen warten wir denn da? Welche Wechseluhr willst du da noch runter... Also, das wäre die einzige Möglichkeit noch gewesen, wie du verlieren kannst. Was war denn da jetzt los? Holla, die Waldfee. Gut. Ich habe noch die andere Attacke ready, aber... Das war jetzt leider ein Gleichstand. Aber... Das war interessant. Das war auf jeden Fall... Ein interessanter Wechsel noch am Ende. Und Tschüssili. Der Gegner war sehr schwach gegen Togekiss. Ja, das ist schon... Früher gab es nämlich noch ganz viele Graudon. Und das war das Gute. Die Graudon haben dann sämtliche Melmetal vertrieben. Da sind die Melmetal zurückgegangen. Das war die größte Schwäche für das Team. Also mit Giratina hinten. Anstelle von Mewtwo. Aber ein Level 40er Giratina reicht natürlich nicht für die neue Meisterliga. Das ist ganz wichtig und richtig, dass man immer zwei braucht. Für Classic und XL. Jo. Doch, mittlerweile gibt es ja so viele neue Pokémon, die damals noch nicht da waren. Sechien. Dann hat Ho irgendwann Erdbeben bekommen. Was haben wir noch? Hm. Iveltal. Darkrai hat es zwar nie wirklich ins Meta reingeschafft. So. Aber genau. Gibt mittlerweile schon ein paar mehr Pokémon. Oh, du hast die beste Kumpelschleife sogar. Dann gewinnst du hier definitiv den Gleichstand. Und wenn ich ein Giratina hätte, ich mache da normalerweise immer Späßchen. Lade nicht ganz auf, um dann mit Giratina runterfarmen zu können. Jedoch. Habe ich ja hier jetzt kein Giratina. Ich lade ein bisschen weniger auf. Und wir gönnen mir dann jetzt ordentlich Energie mit Mewtwo. Vielleicht hätte ich einen Charm noch mehr machen sollen. Aber das kann sehr gefährlich werden. Ein Mewtwo mit so viel Energie. Das sind die kleinen Tricks und Kniffe. Die man, ich meine das... Oh, nö. Oh, aber ist das das Team? Das habe ich nirgendwo gesehen, nirgendwo kopiert. Habe einfach gedacht, hey, Togekiss, wieso nimmt das niemand? Das kommt ideal gegen Dialga an. So. Und genau. Also letztes Pokémon Dialga. Fragezeichen. Dann könnte es eventuell noch was werden. Oder auch nicht. Du hast ein Giratina. Oh, auf jeden Fall. Boah, ganz schwach gegen Togekiss, dein Team. Problem ist, du hast Sandgrab. Weil alle mit Drachenrute haben Sandgrab. Aber ich schilde es trotzdem zweimal. Und dann schaffen wir das schon irgendwie. Außer es ist eine unsichtbare Pause. Bitte, wie viele Drachenruten? Okay. So. Ja, ich schilde einmal auf jeden Fall. Beim zweiten Mal muss ich mir noch überlegen. Aber vermutlich das zweite Mal auch. Fahren wir einfach runter und danach Eisenschädel rein. Okay, dafür hattest du jetzt eine Pause. Okay, doch nicht, weil dann kommt doppelt Drachenrute. Aber... Moment, hat das Giratina irgendwann eingesetzt? Hat das Giratina irgendwo eingesetzt? Nein, ich glaube nicht, oder? Ich glaube, der Schild ist doof. Weil ich habe die Attacke nicht. Uff. Der Schild war richtig doof. Der war nicht so schlau, aber hat noch gepasst. Und was nicht passt, wird passend gemacht. Oder war Giratina schon mal länger da? Ich meine, im Grunde, mittlerweile reicht der ein Tag. Es gibt so viele Raid-Apps und so. Und wenn ein Event, auch wenn es nur einen Tag ist, weltweit ist und man macht ein paar Stunden, Überstunden, lässt sich aus Amerika überall einladen, dann kann man an einem Tag genügend XL haben. Dann macht man noch ein paar Marathons über Nacht. Gibt ja auch schon einige mit. Sehr rude. Mit genügend XL. Plus jetzt gab es noch die XL-Sonderbonbons bei den Raids. Aber es war doch noch nie da, oder? Weil eigentlich hätte ich mir das dann schon gerne geholt. Weil ich Giratina sehr gerne mag. Hier Zoom-Packs, alles klärchen. Hat sich auch hier rein verirrt. Habe ich sehr gemocht, als es noch keine legendären XL gab. Also, wo eben zum Beispiel die Alga und so noch nicht da war. Alle haben Melmetal gespielt. Das war auch ganz witzig. Okay, genau. Ich muss kurz überlegen. Was habe ich noch hinten? Ach, Mute habe ich ja hier hinten drin. Ja, das macht relativ wenig hier. So eine Aqua-Hobitze. Vor allem, ich bin jetzt gepusht auf Level 50. 50er Targetkiss. Problem ist aber nur... Okay, ich glaube... Da bleiben wir noch drin hierfür. Aber wie geht es jetzt weiter? Ach, du meine Güte, Metagross. Was ist denn das für ein Team? Das ist eher Meisterliga-Primär oder irgendwie so? Da haben wir jetzt riesige Probleme. Hm, denn... Mein Mewtwo hat Spukwahl nicht. Bin ich von allen guten Geistern verlassen? War das schon 10? Ich habe nicht mitgezählt. Aber vom Feeling her... Ich weiß nicht. Vielleicht war das so ein krasser Köder gerade, den ich gut gerochen habe. Hast du so viele gegen Torgekiss gemacht? Kam mir doch nicht wie 10 vor, aber egal. Hat geklappt, dass ich nicht geschildert habe. Was war noch mal vorne? Ja, das ist wieder Dingenskirchen. Was war noch mal vorne? Sag schnell. Zoom-Packs. Ach, komm, ich schildere. Ich schildere. Das war ganz knapp überlegt. Ich hätte perfekt mit Mewtwo runterfarmen können. Aber hier eine Aqua... Oh, ganz schlechter Schild. Oh, nein! Das war der schlechteste Schild meines Lebens. Okay. Okay. Passt mal auf. Okay, okay. Setz doch ein. Bist du, setzt du dich ein? Das war so nicht mein Plan. Das war so echt nicht geplant. Äh, du drückst blind. Bitte kein Gegenstoß. Okay, ja, Steinnagel, das war ein guter Schild. Macht bestimmt so viel wie Aqua-Hubitze. Aber das kann jetzt noch eng werden. Boah, was habe ich nur getan? Ja, was habe ich nur getan? Ich weiß es nicht. Das war ganz schlecht gespielt. Gegner hat kein einziges legendäres Pokémon drin. Ja, der Schild, der Sternenhiebschild war komplett schlecht. Der war absolut schlecht. Gut. Ich glaube, wir waren nicht synchron. Warum auch immer. Bedeutet, das dürfte kein Gleichstand sein. Bedeutet, Mewtwo gewinnt jeden Gleichstand. Also, Abfahrt und rein da. Das war ja mal was. Okay, aber so ist es. Die Leute haben keine XL legendären, was auch verständlich ist. Mein Traum wäre... Uh, Fast-Move-Denial. Das kann, glaube ich, noch ein Steinhagel sein. Ich hätte mir Torgekiss aufheben sollen. Und das ist auch noch einer. Das ist echt noch knapp geworden. Genau, also. Mein Traum ist ja schon lange mein Vorschlag. Genauso neben diesen ganzen Icons für die einzelnen Cups. Ist ja mein Vorschlag schon lange, dass man in den Ligen mit unendlichen WP, sprich Meisterliga, was anderes gibt's nicht. Dass man einfach beide zusammenführt, auf Level 40 skaliert und fertig. Alle sind happy. Level 40 ist überhaupt nicht Pay-to-Win. Da muss man sich's einmal per Lucky Trade holen mit 15 Angriff. Dann Sonderbonbons rein und fertig. Was machen all die Torgekiss? Hört doch mal auf damit. Alles klar. Einfach ein Doppelfee-Team. Warum nicht? Kann man sich mal gönnen. Kann man definitiv mal machen. So. Seishien ist relativ nervig. Muss ich schon echt sagen. Muss ich schon wirklich sagen. Das war zum Glück nur Knuddler. Und nicht der Stromstoß. Holen wir uns hier mal einen Schild. Boah, bitte also. Dinges Kirchenknuddler abfangen wäre ja mal. Ganz krass. Machen wir noch zwei. Nö. Nein. It was at this moment. Okay, es war sehr riskant. Kann man nichts machen. Oh, Stromstoß. Knuddler Stromstoß? Ohne Nahkampf spielt man das. Ich dachte, Moment mal. Stehe ich gerade auf dem Schlauch? Ist es nicht. Knuddler Nahkampf? Moment. Knuddler Nahkampf? Oder Stromstoß Nahkampf? Ist es nicht so? Also Nahkampf ist doch das, was man immer hat, oder? Aber egal. So, das soll uns nicht hier weiter stören. Das hat bestens geklappt, dass hier ein Stromstoß reinkam, der nicht sehr effektiv ist. Genau. Und ein letztes Pokémon ist natürlich... Felinara. Oder so. Ein Psycho-Stoß besiegt dich aber nicht. Hm. Ich werde... Okay. Das ist natürlich sehr fein, dass du hier rein wechselst. Und ich hier ein bisschen Charmarbeit machen kann. Ganz ehrlich, der Schild ist es hier wert. Der Schild ist es hier, glaube ich, noch wert. Obwohl... Ja, doch. Abfahrt. Ich setze hier sogar noch ein. Und wenn ich Glück habe, bist du dann in Sofort-Attacken-Reichweite für meinen Mewtwo. Na, oder ich besiege dich sowieso direkt. Schauen wir mal. Besiege mich jetzt, bitte jetzt, Attacke. Ja, das ist... Das geht. In Ordnung hätte ich mir zwar noch ein paar KP mehr gewünscht. Jedoch eine Sofort-Attacke bekomme ich durch. Und ich glaube nicht mal, wenn das Toggekiss den Boost bekommt, kann das noch gewinnen. Denn zweimal Psycho-Stoß sollte hier definitiv ausreichen. Okay, ich mag Toggekiss. Irgendwie mag ich Toggekiss. Wenn die Melmetal fernbleiben, dann mag ich Toggekiss. Und gutes Nechtler an dich, würde ich mal behaupten. Tschüssi, was war das Toggekiss plus... Wieso bist du da sofort gewechselt? Was war denn da nochmal? Ach so, Seishin, genau. Toggekiss, Seishin, Palkia. Da mag jemand die Feen. Ich mag auch die Feen. Sehr sogar. Und einen Kampf haben wir noch hier. Gut, genau, was wollte ich noch sagen? Ja, das wäre so mein Traum. Ich will Niantic das nicht unterstellen. Machen sie es, weil sie das Geld ordentlich melken wollen. Oder weil noch niemand bei Niantic auf die Idee kam. Das ist so, was ich mich frage. Ist noch niemandem eingefallen, dass es bei Meisterliga eigentlich kein Classic benötigt, sondern man das einfach zusammenführen kann. Oder ist das schon jemandem eingefallen? Die Leute haben gesagt bei Niantic, hm, aber dann verdienen wir ja kein Cash von den Leuten, die extra die ganzen Legis hier auf Level 50 raiden. Hier, das ist ein Shando. Ein Shando, ein schillerndes Hando, glaube ich. 4620. Sind die 100er mit Level 51 bester Kumpelboost. Und natürlich kostet sowas ein Vielfaches von einem ganz normalen Legendär. Ich weiß auch, wo die Leute früher gesagt haben. Oh, Meisterliga, so teuer, so. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt. Ja, aber wie raidet ihr? Wie kämpft ihr in der Arena? Man muss nur einmal Mewtwo-X-Ray-Anladung zum Beispiel. Und dann Sonderbongos reinstecken. Fertig. Und jetzt ist es teuer. Mit XL ist es teuer. Bitte schaff nicht noch eine. Aber du schaffst noch eine mit einem KP. Oder mit 5 KP. Hm. Nö, kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Hier nicht zu schilden. Denn dann würde ich nicht lachen. Aber genau. XL ist teuer. Früher, mir wollte niemand glauben, dass eigentlich die Superliga das teuerste ist. Einer Sumeril muss man auch auf Level 40 pushen und so weiter. Was man da nicht alles braucht. Ach, wie schön. Die OG Meisterliga. Das OG Torgekiss vorne. Sag nicht, du... Oh, 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 oh. Ich hatte hier eigentlich immer... Ich muss jetzt hier fast schilden. Mein Handy läutet gerade. Ich kann das Ding nicht runterfarben und so. Ansonsten... Ich brauche hier noch einen Charm. Und jetzt muss ich... Muss ich raus. Ich muss mal schauen. Oh, 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 oh. Aber das ist eigentlich ein Fehler, was ich hier gerade mache. Oh, krass. Torgekiss, Sweep. Aber jetzt verliere ich leider. Ich hätte Wendern sofort wechseln sollen. Aber ich glaube, hätte ich auch nicht gepackt. Obwohl, doch. Dann hätte ich es vielleicht gepackt. Ich hätte ein, zwei Charme machen sollen und dann wechseln. Ei, ei, ei. Oh, Wutanfall. Okay. Dann hätte ich es nicht gepackt. Nö. Dann hätte ich es definitiv nicht gepackt. Der Wutanfall hast du gleichzeitig wie ich zwei Psychostöße. Aber zwei Psychostöße hätten dich nicht besiegt. Na, ohne Charmvorarbeit. Aber ja, der Boost. Ich habe das nie mit Antikkraft gespielt. Damals. Das OG-Team war mit Aeroas. Auch gegen Kraudon und so. Aber alle wollten Antikkraft wegen Boost und so. Doch mittlerweile muss man sagen, Lugia ist da. Dagegen ist es effektiv. Dann Ho-Oh ist da. Dagegen ist es sogar gegen beide Typen effektiv. Sehr wichtig. Ivelthal. Da ist Antikkraft wichtig. Also mittlerweile, die Zeiten haben sich geändert. Die Zeiten haben sich geändert. Und der Sternenstaub ist ordentlich am Start. Also zockt die Woche ein bisschen durch. Und genau. Jetzt habe ich ein Level 50er. Torgekiss, was ich schon lange haben wollte. Für die Folge soll es mal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Boop. Boop.